Musik Ich wohne hier in der Nähe und mich freut es natürlich, dass die Brücke gemacht wird. Das bedeutet auch viel Arbeit, aber was mich stutzig macht, oder ärgerlich ist besser gesagt, das ist dieses Geländer. Außer, dass das Unsinn ist, das doppelt zu machen, dauert es mir zu lange. Wie lange soll das denn dauern, bis die Brücke freigegeben wird? Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht die Enkel von unseren Enkeln, die dann die Brücke überfahren können. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020